Herzlich willkommen zum großen Element Tasting. Ich habe mir heute den Mino eingeladen und den René aka The Who eingeladen. Kurzes Recap für alle, die Element noch nicht kennen. Element ist ein neuer Dark Blend, der jetzt auf den deutschen Markt gekommen ist. Der wird von BMW nach Deutschland geholt. Drei verschiedene Lines. Air ist purer Virginia. Das heißt auch alle, die nicht gerne viel Dark Blend rauchen oder nicht viel Nikotin haben wollen, können wahrscheinlich mit der R-Line happy werden. Dann gibt es die Waterline. Die ist genau zwischen den beiden. Das ist also so ein mittleres Ding. Es ist zwar schon ein Burly, also schon ein Dark Blend, soll aber für einen Dark Blend noch relativ leicht sein. Also tendenziell, gucken wir uns heute natürlich noch an, aber wahrscheinlich so eine Art Einsteiger-Dark Blend. Und dann gibt es noch als stärkste Line in Deutschland die Earthline. Das ist dann ebenfalls auch Burly, also ein Dark Blend, der auch ordentlich stark ist. Wir haben den Kalansi, wie gesagt, Kumquat, Zitrone, Limette, Mandarine. Der hat es mal höher gebaut, weil es mich mal interessiert, wie er ein bisschen performt, wenn er ein bisschen höher ist. Rausgekommen sind wir aber trotzdem bei glatten 15 Gramm, was vollkommen in Ordnung ist. Jetzt kommt es. Soll ja sein, diese kleine Mini-Orangen, Zitrone, Limette und Mandarine. Wenn du jetzt mal dran ziehst, vielleicht merkst du jetzt, warum ich vielleicht gesagt habe, ich schmecke nichts mehr an Rett. Ist für mich, ich weiß nicht, ob das jemand schon mal gemacht hat, wenn du eine Orange, eine relativ harte Orange schälst und beim Schälen spritzt dir dieses von der Haut in den Mund. Das Öl. Ja. Die italienischen Öle der Zeste. Und das mit einer Zitrone. Das ist für mich. Und das ist richtig gut. Der holt mich gerade richtig ab. Ich finde, es ist keine Limette. Eine Limette ist für mich anders. Es ist für mich zitronig. Wie so eine, ich kann jetzt nicht sagen, wie eine... Wie war die Beschreibung? Wenn du eine... Eine Kumquat habe ich noch nicht gegessen. Aber wenn du jetzt... Aber was steht denn da? Kumquat, Zitrone, Limette und Mandarine. Für mich ist dieser Mix aus einer Orange und einer Mandarine, aber einer relativ harten noch, die noch nicht so weich und süß ist. Und dir da beim Schälen dieses Ding in den Mund spritzt. Oder du das an den Händen hast. Und das als Geschmack mit einer Zitrone. Die Limette merke ich nicht. Aber vielleicht heben sich die auch auf, Limette, Zitrone oder so. Aber finde ich richtig gut. Also ich könnte jetzt auch die einzelnen Zitrus-Dinger nicht perfekt zuordnen. Das Orange am besten. Das kommt durch. Aber dann ob Limette oder Zitrone oder Mandarine oder diese... Also im Vordergrund ist der Kumquat, der, die das, Kumquat, keine Ahnung, der Kumquat, klingt richtig, oder? Der Kumquat ist im Vordergrund, der erinnert an eine, ja wie du schon gesagt hast, mehr so wie die Zeste von einer Orange. Also für mich ist direkt im Kopf Weihnachten. Das ist so wie es bei Oma an Weihnachten, wenn sie jeden Abend ihre Mandarinen auf der Couch gegessen hat. Da erinnert er mich direkt dran. Richtig. Mit diesem Nussteller, wo man an Weihnachten schon futtert. Und genau dieser Geruch ist das für mich. Und dann, wenn du, ja, also es ist wirklich diese, es ist orangenschalenartig, aber ohne dieses ekelhafte Weiße, ne, zwischen dem Fruchtfleisch und der Schale. Es ist leicht säuerlich, leicht bitterlich, aber sehr spritzig und sehr gut. Gut, also ich würde einfach sagen, wer Orange mag und dann mal was authentisch, fruchtig, frisches haben will und nicht so unglaublich süß überladen, wie viele dann sind, für den ist das bestimmt was. Also das ist, also ich finde, ich mag nochmal nicht mal Orange und ich bin absolut begeistert von dem. Also sehr geschmacksintensiv, sogar fast noch ein bisschen würzig. Das Würzige kann ich unterschreiben. Für mich geht der, wie schon gesagt, in diese Orangenschalenrichtung, aber er erinnert mich stark an Great Fruit von Eino. Ja, vielleicht durch dieses Säurelastige, durch die anderen Citrus-Sachen, die noch dabei sind. Das wird es sein. Was ich noch ganz witzig habe am Anfang, wenn ich dran ziehe, habe ich noch so eine, die Schärfe von Nelken noch mit dabei. Also wie Orangenschalen mit... Ja, Nelke würde ich nicht sagen. Also die Schärfe fühle ich auch in diesem Würzigen, aber Nelke würde man ja schon noch sehr krass rausschmecken. Ja, es ist keine volle Nelke. Aber Grapefruit schmecke ich gar nicht. Naja, also ich kann es mir auch nur so erklären, dass halt dieses ganze Citrus-Lastige halt noch so in diese Richtung geht, weißt du? Ja. Und nicht so per se eine Grapefruit, aber so dieses Citrus-artige, saure, was so eine Grapefruit immer mitbringt, das habe ich hier auch. Ja, was man auf jeden Fall dazu sagen muss, zwischen den zwei Setups ist ja beides Waterline gerade. Ja. Im Meerloch läuft es ja besser. Ja, also schwer zu sagen, weil zwei verschiedene Sorten und so, aber tendenziell würde ich auch sagen, der Meerloch performt bei der Waterline besser. Ja, auf jeden Fall. Sehe ich bei mir jetzt in einigen Mixes, wird wahrscheinlich auch öfter mal laufen. Ist sehr lecker. Sehr lecker. Also bei dem sind wir uns, glaube ich, auch wieder, nicht unbedingt was den Geschmack angeht, aber was die Bewertung angeht, ziemlich einig. Ja. Ja.